Also ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nur deswegen kurz noch in Anspruch nehmen, weil wir an der letztjährigen Generalversammlung gesagt haben, dass dieser Informationsdienst kommt. Dieser Informationsdienst ist jetzt da und Sie erhalten ihn auch seit April. Ich möchte gar nicht groß, er wird gemacht, also es ist ein Produkt der Foundation for Global Sustainability und meiner Textagentur Kaffee Europe. So sieht er aus, Sie kriegen ihn auch jede Woche. Neu ist, wenn Sie oben schauen, alle Themen, meine Themen. Sie können dort selber einstellen, was Sie selber interessiert. Wir kommen nachher noch durch. Ich möchte Ihnen eigentlich nur zeigen, es besteht eigentlich aus zwei Teilen, nämlich erstens die Trends, das sind ungefähr zwei pro Tag und die Nachrichten aus aller Welt. Hier sehen Sie oben nur drei Schweizer und unten eine Deutsche, aber es sind ungefähr zehn pro Tag. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, da sind Texte darauf wie dieser, ein Interview mit Peter Dröge, Professor an der Universität Lichtenstein. Der Mann ist Präsident von Eurosolar und hat gesagt, dass zum Beispiel in Deutschland der Grund, warum der Atomausstieg so schnell funktioniert, ganz einfach ist, die Bevölkerung will ihn, die Wähler wollen ihn. Und hier in der Schweiz ist es genauso. Aber ich möchte Sie eigentlich nur darauf hinweisen, in Italien wird am Wochenende abgestimmt, Berlusconi hat versucht, über die Kernausstiege Berlusconi hat versucht, das zu verhindern, erfolglos. In Frankreich ärgert sich die Elite, aber im Volk hat eine Umfrage gestern ergeben, 62 Prozent für den Atomausstieg nach deutschem Muster. In den USA wird gar nicht über Atomausstieg diskutiert, denn es gibt gar keinen Einstieg in den Atomen. Da ist man seit Harrisburg 1979 praktisch draußen. Hier geht es um Kohle versus Erdgas. Diese Diskussion werden wir auch noch haben. Hier sehen wir einen Überblicksartikel, wie sieht es denn in der ganzen Welt aus. Und interessant ist, viele Länder halten nach außen an dem Atom fest, aber es gibt Zweifel praktisch überall und gerade auch in China, gerade auch in Indien, also den beiden großen Ländern, die Atomen forcieren. Und wir haben auch noch Leute, die sich über Atomkraft freuen. Dort am schönen Zaunowitzer See in der Nähe von Danzig soll ein neues Atomkraftwerk gebaut werden. Dort haben schon die Sowjetunion versucht, eins zu bauen. Mit Tschernobyl ist es gescheitert. Jetzt will die Regierung Tusk das tun. Die Mehrheit der Polen ist bisher dafür. Der Grund ist, 95 Prozent des Stroms kommt aus Kohle und für viele Polen ist der Atomstrom, der saubere Atomstrom besser als die Kohle. Hier also zum Informationsdienst. Sie können dort in dem Bereich meine Angaben selber eintragen, was Sie interessiert, und zwar nach Wirtschaftssektoren oben, nach Querschnittsthemen in der Mitte, nach Ländern unten. Und diese Nachrichten, die diese Themen tragen, die erscheinen dann auf Ihrer Frontseite. Natürlich sind die anderen Themen auch selber dann zugänglich. Ich habe mich sehr gefreut, heute Nachmittag kam eine Pressemerteilung bei uns an von AlpMobil, KWO unter anderem. Und das ist genau der Sinn. Es geht nicht nur darum, die Informationen zu verbreiten, die es schon gibt. Der Sinn liegt darin, dass die Informationen aus Ihren Unternehmen hierhin kommen, zu uns hinkommen, wir sie aufarbeiten können und die anderen zur Verfügung stellen können. Das ist Ihr Kommunikationsinstrument, mit dem Sie Dinge mitteilen können, die anderswo nicht veröffentlicht werden. Wir wollen hier Cleantech-Informationen fließen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.